Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Strömvideo geht es um das Thema Freundschaft. Ich bin darauf gekommen, weil ich heute Morgen ein wunderbares Telefonat mit einer Frau hatte, die mir inzwischen wirklich ans Herz gewachsen ist. Anfangs war sie einfach nur eine Seminarteilnehmerin. Dann durfte ich ganz oft Tierkommunikation für sie machen und sie war meine Klientin. Und zwischenzeitlich bezeichne ich sie als Freundin. Ich bin ein sehr extrovertierter Mensch, wie ihr ja mittlerweile bestimmt schon mitbekommen habt. Ich lerne sehr leicht Menschen kennen, ich schließe auch relativ leicht Freundschaften, aber vor einiger Zeit habe ich mich entschlossen, nur noch die Menschen nah an mich heranzulassen, Freunde für mich zu sein, die die beste Version meiner selbst zum Vorschein bringen. Mit denen zusammen ich ein offenes Herz habe, mit denen zusammen ich nicht klein, eng und zickig werde, sondern wo ich auch meine fünf gerade sein lasse, wenn irgendwas nicht passt. Und wo ich nicht denke, du hast das mit mir gemacht. Und ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich möchte die beste Version meiner selbst sein. Und die Menschen, mit denen ich mich umgebe, die dürfen gerne dazu beitragen. Essayes 3 steht für unsere Beziehungen. Und ihr wisst ja, dass das ganze menschliche Leben aus zwischen menschlichen Beziehungen besteht, die, wie ich gerade schon gesagt habe, gar nicht immer so unproblematisch sind. Und SES 15, was sich ja wunderbar zusammen mit SES 3 strömen lässt, wäscht unser Herz mit Freude und Lachen und führt dazu, dass wir glücklich sind. Ja, Freundschaften sollen uns glücklich machen. Und guten wie in schlechten Tagen. Auch wenn es einer Freundin mal schlecht geht und ich höre mir ihre traurige Geschichte an, dann bin ich doch tief in meinem Herzen glücklich, dass ich für sie da bin. Und alles, was uns eben eng, blöd und zickig macht, das möchte ich in meinem Freundeskreis nicht mehr haben. Gut, also wir legen die rechte Hand über die linke Schulter auf SES 3. Wir legen die linke Hand, in die linke Leiste auf SES 15. Das geht natürlich für die andere Seite ganz genauso. Und machen gemeinsam 36 bewusste Atemzüge. Wir lassen die Schultern fallen. Wir lächeln, damit alle Billionen Körperzellen mit uns lächeln und glücklich sind. Wir lassen den Kopf entspannt zurückfallen oder nach vorne sinken. Und dann atmen wir jeder für sich in seinem Tempo 36 Mal. Meine Freunde bringen das Beste in mir hervor. Bei meinen Freunden fühle ich mich sicher und wohl. Meine besten Freunde sind die beste Gesellschaft für mich. Alle meine Freunde sind auf ihre eigene Weise besonders liebenswerte Menschen. Ich gestalte meine Freundschaften schön und erfüllend. Wenn ich mich selbst liebe, kann ich auch meine Freunde aufrichtig lieben. Die Verbindungen, die ich mit den Menschen, die ich kenne, teile, sind tief. Ich setze gesunde und ausgewogene Grenzen. Meine Freunde bringen das Beste in mir hervor. Bei meinen Freunden fühle ich mich sicher und wohl. Meine besten Freunde sind die beste Gesellschaft für mich. Alle meine Freunde sind auf ihre eigene Weise besonders liebenswerte Menschen. Ich gestalte meine Freundschaften schön und erfüllend. Wenn ich mich selbst liebe, kann ich auch meine Freunde aufrichtig lieben. Die Verbindungen, die ich mit den Menschen, die ich kenne, teile, sind tief. Ich setze gesunde und ausgewogene Grenzen. Meine Freunde bringen das Beste in mir hervor. Bei meinen Freunden fühle ich mich sicher und wohl. Meine besten Freunde sind die beste Gesellschaft für mich. Alle meine Freunde sind auf ihre eigene Weise besonders liebenswerte Menschen. Ich gestalte meine Freundschaften schön und erfüllend. Wenn ich mich selbst liebe, kann ich auch meine Freunde aufrichtig lieben. Die Verbindungen, die ich mit den Menschen, die ich kenne, teile, sind tief. Ich setze gesunde und ausgewogene Grenzen. Meine Freunde bringen das Beste in mir hervor. Bei meinen Freunden fühle ich mich sicher und wohl. Meine besten Freunde sind die beste Gesellschaft für mich. Alle meine Freunde sind auf ihre eigene Weise besonders liebenswerte Menschen. Ich gestalte meine Freundschaften schön und erfüllend. Wenn ich mich selbst liebe, kann ich auch meine Freunde aufrichtig lieben. Die Verbindungen, die ich mit den Menschen, die ich kenne, teile, sind tief. Ich setze gesunde und ausgewogene Grenzen. Meine Freunde bringen das Beste in mir hervor. Bei meinen Freunden fühle ich mich sicher und wohl. Meine besten Freunde sind die beste Gesellschaft für mich. Alle meine Freunde sind auf ihre eigene Weise besonders liebenswerte Menschen. Ich gestalte meine Freundschaften schön und erfüllend. Wenn ich mich selbst liebe, kann ich auch meine Freunde aufrichtig lieben. Die Verbindungen, die ich mit den Menschen, die ich kenne, teile, sind tief. Ich setze gesunde und ausgewogene Grenzen. Meine Freunde bringen das Beste in mir hervor. Bei meinen Freunden fühle ich mich sicher und wohl. Vielen, vielen Dank ihr Lieben. Ich hoffe, dass euch dieser Strömgriff helfen wird, alle eure Freundschaften zu harmonisieren, sodass auch ihr die beste Version von euch werden könnt. Bis zum nächsten Mal. Servus. Bis zum nächsten Mal.